Bremsen! Langsam fahren! Noch viel weh zum Übersetz von der Luft. Was wird seit Neuem in verschiedenen Gemeinden Österreichs angeboten? Schnee! Oh, okay. I see what you did there. Auf St. Gallisch tönen schon Erdbeertörtli und mehr Fahrarten entwerter. Lustig. Jetzt kommt noch ein neues Wörtli hinzu. Wir begleiten nämlich einen Patrouilleur auf die Schlittelpiste. Ein was? Ein Patrouilleur. Ein Patrouilleur? Patrouilleur. Oh, oh, oh. This is too much smoke. Then comes the neighbors. Ach du Scheiße. Oh, the Feuerwehr. The was? The Feuerwehr. The Feuerwehr musste auch in diesem Fall ausrücken. Der Senior am Steuer dieses Audi verlässt sich offenbar zu sehr auf die Technik. Das bedeutet, geh hoch nach rechts über den Bruch und geh mit 307. Vielleicht ist es ein Shortcut, Dwight. Es sagt, geh hoch nach rechts. Leider hatte der 69-Jährige diese Kurve übersehen. It can't mean that. There's a lake there. I think it knows where it's going. This is the lake. This is the lake. This is the lake. Stop yelling at me. No, it's not yelling. There's no water here. Und fuhr nach Navi schnurstracks ins eiskalte Nass. Der Fahrer konnte sich zum Glück selbst aus dem Fahrzeug retten. Er kam mit dem Schrecken davon. Michael! Are you okay? Swim for it! Ich wollte eigentlich sagen, wir gehen nach Manhattan. In das Museum of Modern Art. In das MoMA. Aber es könnte auch Mo-mü, Mo-mü, Mo-mü heissen. Oder Mo-mü. Also, kommen wir da mit. Ja, gell? Ein kleines Monster auf einer riesigen Kuhflatten. Währenddessen im Kanton Luzern. Da passierte etwas so weltbewegendes, dass sogar TV Ostschweiz den weiten Weg auf sich nahm, um darüber zu berichten. Das ist er, der schönste Göckel der Schweiz. Im luzernischen Gäuensee lebt er zusammen mit vier Hühnern. Sein Halter, Heidi Fallegger, kann sein Glück immer noch nicht fassen und ist natürlich stolz auf sein Prachtsexemplar. So etwas werde ich vielleicht meinen Erlebten nie mehr an, dass ich den schönsten Haaren der Schweiz habe. Weil das ist wirklich wie ein Lotto-Sechser. Und anschliessend am Stammtisch. Das kann sich nicht immer wiederholen, oder? Ja, schön wäre es gewesen, oder? Das ist ganz klar, oder? Ja. Du hast das Bombenfest natürlich dann, oder? Schön wäre es gewesen, oder? Ja. Aber jetzt, mit dem muss man leben, oder? Ganz klar, oder? Das kann sich nicht immer wiederholen, oder? Oder, 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 oder. Bei. 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 Laboratory. temper. Bei. 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 Vielen Dank.